so hallo und herzlich willkommen bei einer runde world of warship ich habe mir gedacht ich spiele mal jetzt eine schnelle kleine runde world of warship und zeige euch hier so dass dann wir einfach mal hier gehen den samson schauen wir mal kurz in der forschung rein samson war der hier kann ich da irgendwas verbessern glaube ich habe schon das beste alles ich brauche jetzt noch ein paar punkte dann kann ich mir das nächste schiff holen dann schauen wir mal was beim nächsten gefecht passiert so ich bin der vorletzte oder zwei schlechteste der red huntman ist der vorletzte in der gruppe gegnerisch basis einnehmen gut wird gemacht gerade hatte ich schon eine folge um world of warcraft aufgenommen allerdings ist da das internet abgekackt dann habe ich die folge genächt gehabt und hab mir gedacht spiele ich jetzt ein anderes spiel wenn das internet bei world of warcraft abkackt vielleicht hältst du hier bei world of warship vielleicht hältst du hier bei world of warship so fahren wir mal los haben wir mit und haben es haben das dass wir wir Ok, das ist krass. Brand vermuten. Ne, die waren normalen. Ach, hier bleibt auch das Internet wieder still. Was ist denn los heute? Das macht doch keinen Spaß. 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 Das macht keinen Spaß. Das macht keinen Spaß. Das macht keinen Spaß. Das macht keinen Spaß. Jonathan. mitochondrialiert. Es tut mir der. Naja... Das ist ja richtig schön mit dem Internet. Hilfe! Das ist doch einfach nicht. Dann rufen sie auf. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht. Ich gehe jetzt mal. Ich gehe jetzt nicht. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht. Die Geist werden nicht. Ich bin ein Schlimmiger. Torpedoes, to port! Sooo, die Kaperos sind weg, oh, das... Ach krass, kommt nicht gut. Aber ich denke mal das wäre mal drin. Obwohl ich so ein scheiß Internet und die Subseite habe. Wobei es eigentlich richtig gut ist. So eine Riedershow ist auch mal ganz schön interessant, oder nicht? Oh, ich weiß nicht. Ah, auch weiter. Mist. Miest, ich krieg dir nicht. Na ja, insgesamt schon 19 Treffer. Ist ja schon immer ganz gut. Oh, das ist gut. Hm. Können wir malen, was auch schon mal? Ach, schon geworden. Sieg! Okay, das war jetzt mal eine Runde War of War Tanks. Morgen früh werde ich wieder Pulpbridge spielen. Und danke für's Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bye.